Jyaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Markus.... Markus lebt uns auf, Freunde Nein bitte nicht! Bitte nicht auf sie schießen, ich möcht mir noch was kaufen Nachdem Joss tot ist mach ich mal weiter Mit dabei ist die Saga Meine Wenigkeit Hallo Ich bin oben, Magnus ist oben in einem Turm Hallo Hallo meine Freundin Was ist hier los Ok Ich hab ihn Oh ja Wer ist da, das Oluif? Das bin ich Alter, hab ich Glück gehabt Oh Gott, der hat sich wieder überlebt Er ist weg Magnus, oder wie? Mann, Leute Oder? Wer liegt denn da? Achso, das ist Josch Ne, er lasst mich Reißt euch doch mal ein Zückerli hier Ein und Ah, da oben Da oben Da oben Wo komm ich da am besten hin? Wo oben? Auf dem Dach da oben Ja, Alter, irgendwer schließt auf mich Ja, ja, Alter Warte Warte Hallo Moller Hallo Moller Moller, was machst du denn? Warum schießst du denn bitte sehr auf mich? Ich verstehe das nicht Was ist denn los? Da oben auf dem Dach Oh Moller Komm rein Moller Wissen wir eigentlich schon wer der zweite jetzt ist? Komm her Und wer hat jetzt auf mich geballert? Weiß es nicht Ich hab niemanden gesehen Von unten Irgendwo Mit ner Shotgun Oh Gott Sepp Hi Sepp ballert auf mich Okay Wie gehts dir? Oh Gott Ja toll Geil, wie gehts dir so? Noch recht gut Das ist schön Das freut mich für dich Ich hab die Leute befürchtet, dass es mir bald nimmer gut geht Aua Wieso? Mir gehts auch gut Was meckerst du hier eigentlich? Ich verstehs nicht Ich verstehs einfach nicht Magnus zoomt vor sich hin? Okay Ach das gibts doch nicht Schon wieder keine Munition Ja das denk ich mir auch krass Kann ich auch mal dagegen nicht kämpfen wenn du Munition hast? Wenn ich Munition habe, nicht du Du solltest keine Munition haben Das find ich nicht so gut Das ist also wirklich Nee die wollte ich nicht Die will ich Ich kann nicht Danke Bin ich Ich stecke fest Ich stecke fest Oh Gott Hallo Sky Tschüss Sky Hi Godfuck Ich dachte du wärst in den Turm Ah die ist auch auf Einschlussbeschränkt Ist die verboten eigentlich? Nein einschlussbeschränkt Achso einschlussbeschränkt Gut 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 Also auf einen Auf einen Treffer Welche denn? Irgend so eine Waffe die ich grad gefunden habe Ich hab keine Ahnung was das war Aber ich hab sie gefunden Ähm Das heißt ähm Dieses Explosiv-Ding Der Explosiv-Sniper Unten letzte Reihe Unten letzte Reihe Links? Die Einstellungen Bei mir ist es das Icon ganz links Ja in der letzten Reihe Also ich hab drei Drei Items pro Zeile Also von dem her ja Hallo Okay ich hab so ungefähr Sieben Bitte weiter gehen Achso oder runter springen Hi Sky bitte einmal weiter gehen Hi Ne Bitte gehen sie weiter Alter ich wollt runter Ich will rauf Lass mich drauf Toll! Schön für dich Lass mich drauf Oh Gott ich steh auf dir Ihr… oh du stehst doch hier! Ohohohohohohohoho ist das hier? Jetzt wird sie aber romantisch gerade. Ist grad jemand gestorben? Irgendwer ist gestorben? Ich hab nämlich auch irgendwo ne Explosion gehört, ich hab aber grad keine Ahnung wo. Vielleicht hab ich auch doch keine Explosion gehört und es war was anderes. Ah ю, Schäbernd! Ah Jan! Du verwirst mich heute ein bisschen, ne? Nein ich hab wirklich... ich bin mir nicht sicher ob es ne Explosion war oder ob es einfach nur ein Sound-Effekt war. Rolla zählt auf mich. Ja ich zähl auf Jan. dann wenigstens nicht gelungen es ist hier gerade jemand in dem raum mit den ganz vielen explosionsfässern die hochwertig war ich hier für mich auch wo wupp was was ist denn da drin ich komme ich noch nie alter oder auch nicht mal diese treppen jetzt komme ich hier nicht mehr durch na toll den ganzen scheiß der wegzuholen müssen wir auch zu blöd ganz ehrlich bei erho was ist das eigentlich für eine Waffe Moller gar nichts an dann geht ich gar nichts an ach so ich dachte schon ich dachte schon wer hüpft denn da so hoch wusste gerade nicht ob die zum Standard-Sortiment gehört hallo 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 ich bin mir nicht sicher aber da haben sie es gecallt was stopp 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 hallo 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 molly hallo denn wann bist du schon hier oben die ganze Zeit in der Ewigkeit eben ist dir zufällig ein Sepp entgegen gekommen am Anfang nein oder hat es vielleicht versucht die Treppe hochzulaufen was soll ich denn das wissen das äh ja weil er nämlich genau unten an der Treppe lag und du hier oben bist alleine ich bin schon die ganze Zeit hier oben oh Gott und Sepp ist auch die ganze Zeit tot das ist wirklich voll ja und oh Gott hallo 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 ich bin Inno hey wie geht's warte mal wer ist da noch da ist das geht's dir gut geil möchtest du mich damit machen ja 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 ich geh lieber hier sind so viele Leute ja geh lieber gleich sterben da um Leute das weiß ich irgendjemand stirbt da hallo 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 wer ist es denn ich weiß es nicht Skye anscheinend Skye hat überlebt zumindest hab ihn ja ich wollte gerade sagen dass einer hochkonferenz war der Däte anscheinend ich komm mal zu verlieren äh warte mal konfirm mal dann kann ich mir ausrechnen wer hier jetzt mal mein mein Feind ist ja einer von uns strahlen also einer von uns strahlen halt ne von uns dreien ja einer von uns drei ist keiner ich glaube ich bin mir ziemlich sicher dass Jan es nicht ist und dass ich es nicht bin deswegen glaube ich dass Markus es ist du hast aber noch keinen Grund nicht zu schießen ne es ist kein Grund aber du bist ziemlich ziemlich suspekt hier wieso bin ich denn suspekt ich sitz die ganze Zeit neben Jan ja ich war bei italien die ganze Zeit ich fühl mich nicht wohl dabei dann geh ich halt italien und Jan hat nichts gemacht irgendwie also wirklich ganz ehrlich sein wir ehrlich wenn ich es gewinnen wäre hätte Molla sich irgendwann hat gefangen ok komm ja also 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 ne ich bleib jetzt bei Jan ich finde das nicht ok ich glaube ich hallo das ist jetzt jetzt haben wir ein Problem du ok ich lass dich nicht die Leitung das find ich aber nicht nett das ist ähm Rainer überlebt jetzt bin ich jetzt bin ich da Rainer und was machen wir jetzt hä 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 genau wir schießen voll daneben aber ich heiß nicht Molla das war richtig schlecht ne 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 die Waffe hat halt auch nur 20 Schuss das ist so ein bisschen das Problem und langsam mal sicher komm ich in Zeitdruck No more fall damage no more fall damage oh juhu das ist perfekt ey 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 ich hab einen Ausweg aus der Scheiße da bist du nicht alleine ach nö bitte nicht weee oh ich dachte nicht runtergefallen dann gehst du da runter da kommt jemand zurück man Magnus wo bist du denn wer war es jetzt? Magnus Molla live äh wieso lebst du live live sie überlebt ich wollte sagen äh Moment es ist hier wirklich wirklich man wirklich die AKs also wenn man trifft ist die AK stark ja die AKs definitivt so du da oben das hier an okay ja wo isa denn ja wo isa denn nein oh nö äh Josch aufm Balkon unter dir bitte ne danke Jan gut gekrott Josch ich war grad am essen ne Töpich hab dich lieb nein du bist tot du bist tot du bist tot ich glaub ganz säbisch Sky steht auf mir und dann erschießt er mich einfach durch den Headshots von oben ja ja das kann kein schlimmer sein aber volle gemeine ey wie geil das einfach war no more fall damage das erste was ich mach ja ich immer auch alle glaub ich ich war auch froh ich hab ja Blue Bullen mir geholt gehabt womit ich das geil gemacht hab durch das hochspringen das war so scheiße mega riskant das ganze mitzumachen und auf einmal hab ich keinen Schaden mehr gekriegt wenn ich runtergefallen bin oh überall liegen Schuhe rum ich will keine Schuhe oh geil ich sammle die auch oh jo komm ich auf Ebay das Magnus Magnus hat ne Waffe für mich ich hab Schuhe für dich nein das war ne Waffe hast du ne Waffe äh flieg doch alle boah da ok alles drei möcht ich bitte ne Waffe haben die nicht mein Hayen Spray ist ok das ist ok hallo Skui hi na ich hab grad vom Dach gesprungen der Zepter ok ok wenn ein Zepter grad hochkommt oder so dann geh ich besser wieso hast du irgendwas zu befürchten wer ist da da ist Josh Sky warum hast du den Zepter aus Josh weil ich das mag wenn das was ist aha du magst aber wenn es da auch nicht sonst hab ich Angst ich mag kein nichts weil er Sky du bist oh Gott er ist Detektiv oh Gott ich hab Angst schon Detektiv ist doch eher selten au ich wurde angst lassen äh hä irgendwer vibriert ja ich vibriere ja oder so keine Ahnung oder keine Ahnung alle vibrieren also hier vibriert was ganz anderes bei mir im Zimmer aber das ist eine andere Geschichte aha Magnus ja ich hätte es sein können ja ich hätte es sein können aber ich hab schon oh da oben ist die Leiche von Moller da aufm Dach also auf mein Code oh Gott wer ist denn jetzt eigentlich gestorben wer seid du? Josh was machst du da oben? also Moller war es Moller ist Moller ich hänge fest wie an der Schlacht ich hänge fest wie an der Schlacht nein Josh du darfst nie ruhig sein ja das stimmt ich hänge an der Schlacht Sky oh Gott was hast du zu meiner Verteidigung zu sagen zu deiner Verteidigung? ja gar nichts das ist aber der äh 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 irgendeine Granate liegt da in dem Raum ja der Smoke hat er gesagt ja der Smoke hat er gesagt ich hab extra gesagt und er rastet vorn aus scheiße Smoke oh scheiße geht in Deckung ich höre gerade nur auf Sky weil ich will nicht dass Sky mich tötet ach ich hab'n Leg 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 lass'n die Trailer fallen der Skaff war da hinten ab wo? das kann der eigentlich er macht Beritzel und beritzelt der ach was? ja ich werd hier nach oben geschoben das wollte ich gar nicht bietze bietze glaub dann mal auch hoch ach man ich fall' hier immer runter die Leife hat keine Shotguns sondern die Katze ich glaube nicht dass sie zu ist ja ich bin einfach ich find'n einfach keine Shotgun ich find' auch keine das ist ganz schade oh oh mein Gott so jetzt leg'n wir los jetzt leg'n wir los hier jetzt leg'n wir los hier ne also ne danke ne ne doch nicht hallo Moller schöne Leiche hast du da oh mann hi Josch er hat geschossen er hat geschossen ich war's nicht wer hat da geschossen gerade unter uns ok wir schauen ich bin gerade ganz wo unter uns ähm Dams ich kam grad hoch ja hier ist aber keiner hier ist aber keiner hier ist aber keiner hier hinten ist keiner runter Dams okay ja Dams 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 der ist wahrscheinlich nicht zu Ich werd mich jetzt umbringen, weil ich außerhalb der Möp in der Tür bugge. Ja! Ja. Oh Mann, da wird man mal wieder belebt und dann... Oh Mann. Hey Josch, iss, 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 iss. Hier. Ich fett mich nicht an. Doch, bitte hier. Schmeckt's. Mir schmeckt's. Sehr gut. Das ist schön. Man kann das auf Leute draufklicken und dann kriegen die den. Warum bin ich immer an der gleichen Stelle? Das ist ganz schön. Aber hey, ich hab jemanden mit ner Catgun geführt. Ja, ich weiß noch, als ich das erste Mal geschafft hab. Das war so ein Must-Have in der Achievement-Liste. Den steht jetzt immer im Lebenslauf, wenn ich bewirb's. Erstes Mal mit ner Catgun jemanden umgebracht. Der M1. Oh mein Gott, ich bin grad runtergefallen. Oh danke, ich hab... Danke, Runde, dass du erst jetzt losgegangen bist. Oh Gott, ich würd dir gern vorbei. Warte. Ähm, bitte einmal ignorieren, dass ich grade mal das Magazin leer schieße. Das ist nicht nur so. Hier wird geschossen! Hier wird geschossen! Hier wird geschossen! Oh mein Gott, wer hat... Hallo? Ich glaub, Sepp schießt! Hier wird geschossen, Sepp schießt! Ah, äh, Sepp, äh, äh! Hallo, Sepp, hallo! Hallo, Sepp, hallo! Hallo, Sepp, hallo! Hallo, Sky! Die Waffe ist leer. Ja, hab ich gesehen. Du hast mich ja förmlich damit beschmissen. Ja, ich hab nicht gesehen, dass du da bist. Moller, Moller, Moller! Du hast was getroffen, Moller, also. Aber nur fast, deswegen hab ich ja nach oben geschossen, dass ich dich nicht treffe. Dir liegt ein Schuh. Ja. Jetzt mal exakt. Kann mir jemand bitte einen Gefallen tun? Nee. Dieter Moller? Ihr liegt ne Leiche, ihr liegt ne Leiche. Ja, es ist Gams. Hä? Und wo liegt sie? Vermutlich Gams. Ja, aber... Und da sind was explodiert. Ich hab sie ja gerade extra konfirmt. Das ist Josch, glaub ich, der ist grad vom Dach runtergefallen. War Alaska gefunden. War Alaska. Nee, ich nehm noch, ich nehm noch. So, okay. Jan, Jan, so. Okay. Jan, Alter. Der ist grad explodiert, warum auch immer. Er hat diesen komischen Vogel-Dings da abbekommen. Okay. Mal schauen. Also ich leb bis jetzt noch, aber ich fühl mich hier nicht sicher. Oh, Gott. Ganz oben am Turm wird gesnapt. Ganz oben. Am Dach. Wahrscheinlich Moller oder so. Ich hab ihn aber nicht gesehen. Ich weiß es nicht. Sicher. Na, ich geh hoch. Äh, Josch, 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 Josch. Josch hat ne Wald da. Also alle aufpassen. Hier, hier. Hallo Moller. Es ist Moller. Ja, Moller ist was. Das wissen wir schon. Moller war's also. Ok. Ist er tot? Nee, Magnus ist tot. Aber Moller nicht. ich sehe die versuchung in einem augen wieso schmeißt du die waffe auf deine seite da das ist das ist richtig kaufen sie sich nun den messer messer josh oder stehen sie doch eher auf dann empfiehlen wir in den pistolen pistolen josh und nur heute bekommen sie gratis den bomben bomben josh dazu ja messer messer josh ist der gute alte messer messer josh weißt ja dass josh es ist okay ich hab josh josh sollte trutzern darf ich noch mal ein happen essen bevor du mich erschießt wo ist er denn man leute mit geil dass bei der werkstatt die ist bei der werkstatt die frist auch mal leute hört da auf ihr meint geht mir gerade ein bisschen auf den keks das ihr gemacht da kann ich überhaupt bei den dingern da vorbeilaufen oder greifen die mich an also greifen die mich an ja da stehe ich nicht hier troddel geht ja immer noch nicht willst dass ich rauskomme kannst vergessen willst dass ich rauskomme kannst vergessen tut mir leid aber nein du spielst du spielst mit dem feuer josh den hat ich danke auf jeden Fall fürs zuschauen dieser folge bis zum nächsten mal ciao tschüss 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 tschüss